johann servus leute willkommen zum zweiten bieler und ihr wundert euch vielleicht dass der zweite bieler in die ich weiß nicht ich weiß nicht was hochgeladen ist eine stunde später hochgeladen ist wie der erste blog das macht doch keinen sinn oder jetzt schaut mal auf den monitor und was seht ihr hier oben ja genau ich wurde frei oder der hdgaming.de kanal wurde freigeschaltet und kann nun um videos in überlänge hochladen das heißt geil das heißt das borderlands let's play und was danach noch kommt ich meint zum beispiel ich hätte ja auch diverse andere spiele angesprochen irgendwelche demos und so einander dort und letztlich in die 20 minuten dann kein bock zwei parts draus machen so schön da machen wir einfach direkt hier einmal ein paar so dann passt und das finde ich jetzt so richtig geile er so dass sie mich hier freigeschaltet haben richtig geil und das wird so kleiner wie locker so kurzer wie logisch will es ich will euch das nur kurz um zeigen und um ja also es freut mich sehr und Prozent dieser borderlands bm der klatsche ich jetzt die halben stunden videos raus weil ich denke länger guckt sich keiner mehr bis zum ändern halbe stunde ok und um für diverse demos und wenn es einmal 35 minuten dauert scheiß drauf um ja das war es eigentlich schon im großen und ganzen also es erwarten euch jetzt videos in überlänge natürlich nichts viele weil ich will er nicht riskieren dass sie mir das wieder wegnehmen das war's bis zum nächsten mal und ich freue mich auf den dritten Video ich verspreche euch er wird so schnell nicht folgen Ciao